Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um die Merkmale der Gerechtigkeit gehen. Über Gerechtigkeit haben sich viele verschiedene Philosophen Gedanken gemacht, darunter Platon oder David Hume oder Ottfried Höffe. Um euch das Thema Gerechtigkeit und die Merkmale der Gerechtigkeit näher zu bringen, betrachten wir zwei Fallbeispiele. Bei einem Unwetter schlägt der Blitz in das Haus meines Nachbarn ein, das bis auf die Grundmauer niederbrennt. Mein Haus bleibt verschont. Da kann man jetzt sagen, haha, aber es ist nicht ungerecht, denn auf Umwelteinflüsse hat kein Mensch Einfluss, sondern eher Schicksal. Das erste Merkmal der Gerechtigkeit, das wir uns merken, ist, Gerechtigkeit muss von Personen ausgehen. Ein zweites Beispiel. Ein schlecht aussehender Mathelehrer gibt gut aussehenden Schülerinnen stets etwas bessere Noten als den anderen. Also das ist ja mal richtig ungerecht, denn Schülerinnen wegen ihres Aussehens zu bevorzugen, das kann nicht sein, das ist Ungleichbehandlung. Das heißt, unser zweites Merkmal der Gerechtigkeit, was wir lernen, ist, es sollte eine Gleichbehandlung so weit wie möglich gehen. Und wenn man sich jetzt mal die einzelnen Merkmale der Gerechtigkeit näher anschauen möchte, was verschiedene Philosophen dazu gesagt haben, dann kann man das wie folgt zusammenstellen. Gerechtigkeit, wie wir schon wissen, muss von Personen ausgehen. Gerechtigkeit gibt es nur dann, wenn ein Anspruch besteht. Das heißt, ein Anspruch muss bestehen. Objektivität. Das heißt, eine objektive Sicht auf die Dinge sollte es geben, aber relevante Unterschiede, egal was die auch immer seien, rechtfertigen ungleiche Behandlung. Gerecht ist nicht immer gleich legal. Schauen wir uns zu diesem Satz auch nochmal ein Fallbeispiel an. Gerecht ist nicht immer gleich legal. In einem Land, in dem es keine Pressefreiheit gibt, versteckt eine junge Frau eine Journalistin. Sie hat bei einer Berichterstattung gegen die rigiden Pressegesetze des Landes verstoßen und wird nun von den Sicherheitskräften des Regimes gesucht, die ihn verhaften und eine harte Strafe verhängen wollen. Okay, das ist auf jeden Fall gerecht, da jemand geholfen wird, der für sein Menschenrecht, also Meinungs- und Pressefreiheit kämpft. Das Merkmal der Gerechtigkeit ist aber gerecht, ist nicht immer gleich gesetzeskonform. Kurz, gerecht ist nicht immer gleich legal. Das nächste Merkmal der Gerechtigkeit, was wir uns anschauen, ist die Gleichbehandlung. Es soll jeder Mensch, damit es gerecht ist, gleich behandelt werden, natürlich nur die, die in gewisser Hinsicht auch gleich sind. Und jedem, das ihm Schuldige. Das sagte ein Philosoph, den ihr sicherlich alle kennt. Jedem, das ihm Schuldige geben, beziehungsweise jedem, das ihm Gebührende. Das sagte Platon. Und zu guter Letzt kann Gerechtigkeit eingefordert werden. Jeder Mensch hat sozusagen das Recht, gerecht behandelt zu werden. Inwiefern das natürlich möglich ist, bleibt hier offen. Ich bedanke mich, dass ihr euch das Video angeschaut habt und hoffe, dass es euch gefällt. In der Playlist Philosophie Gerechtigkeit findet ihr weitere Videos und philosophische Positionen zu diesem Thema. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt das mit einem Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.